Autsch! Hallo! Wir hätten gern drei Hochzeitstorten. Hört sich nach drei glücklichen Männern an. Wer hat ein Bild, ha? Ihr habt aber schon gemerkt, dass das der gleiche Kerl ist, oder? Ach was? So'n Quatsch! Keine Frau, die je in die Augen des Prinzen blickt, wird fähig sein, seinem Lächeln zu widerstehen. An seinem 21. Geburtstag wird dieser Segensflug für immer besiegelt und alle Liebe stirbt. Das ist ja in drei Tagen. Prinz Charming, nun ist es an der Zeit, dass du deine einzig wahre Liebe wählst und alle anderen von deinem Fluch befreitst. Mach ich mit links. Gib mir einen Kuss und errette uns alle. Mit der einmal hast du Erfolg. Also bei all den anderen Frauen im Königreich schon. Wir sehen uns. Wow! Na, das war mal was anderes. Ich muss rausfinden, welche der drei Prinzessinnen meine einzig wahre Liebe ist. Das Schicksal meines gesamten Königreichs hängt davon ab. Da hat dein Königreich aber Glück. Ich kann dir nämlich helfen. Und auf geht's! Oh, hey! Was ist dein Plan? Die einzig wahre Liebe muss ich mir verdienen, indem ich drei nicht zu bewältigende Aufgaben bewältige. Erstens, den nicht passierbaren Pass passieren. Halt dich fest! Zweitens, eine nicht überlebbare Attacke überleben. Wir sind tot. Oh, Hallihallo, ihr süßen kleinen Gänseblümchen. Ah, ich bin süß! Ich hab dich! Und drittens, ein unbesiegbares Monster besiegen. Komm schon! Oh! 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 Das hatte ich mir jetzt aber ganz anders vorgestellt. Oh! Du bist glaselig. Oh! Ich will drittens, ich will drittens, aber ich werde dir nicht gut sein. ARD Text im Auftrag von Funk